Das ist kein Sackhau fürs Gaggen oder sowas. Nein, das ist ein Sackhau für ein Haus. Kleine Mützen, bitte. Ich möchte hier klistern werden. Ja, das ist wunderbar. Das nehmen wir. Eigentlich ist es ja so, dass wir für die Kirche ganz gern was spendieren, obwohl wir auf die Wirkung warten können. Und wenn es dann eintrifft, können wir es nicht mehr beweisen. Ja, genau. Nicht? Nein. Ja, ui, jetzt halt der Versprach. Bei mir ist das jetzt ganz anders, weil da geht es klar. Bitte, bitte, bitte. Der liebe Gerd Hausner spielt so fantastisch. Bitte kratzen Sie sich. Das war früher so ein alter Wiener Ausdruck für Gefahr ins Bär, sagt der Eppater. Also bitte weitermachen. Ich möchte die Leute umeziehen. Nicht, dass wir durchgehen mit einer halb nackten Person. Nein, die Leute kommen halb nackt zu uns und halb nackt ist gut. Jawohl! Also bitte, seien Sie spektare, kümmern Sie den lieben Gerd Hausner. No, man muss schon wünschen. Halleluja! Ja! Ja, das ist so schön.